das alte testament ist voll von wunderschönen verheissungen von denen ihr gewisse sicher auch kennen denn die berge mögen weichen und die hügel wanken aber meine gnade wird nicht von dir weichen und mein friedensbund wird nicht wanken spricht ja weh dein erbarmer diese zusage oder hört man immer wieder man hört vielleicht meine predigt auch oder eben bibelferse die dann irgendwo man aufhängt und einfach so ermutigend sind eine andere stelle sehr bekannte stelle ist jesaja 43 vers 1 und 2 wo gott sagt fürchte dich nicht denn ich habe dich erlöst ich habe dich bei deinem namen gerufen du bist mein wenn du durchs wasser gehst ich bin bei dir und durch ströme sie werden dich nicht überfluten wenn du durchs feuer gehst wirst du nicht versenkt werden und die flamme wird dich nicht verbrennen was für eine ermutigende zusage und jetzt ist der punkt ja was ist mit dieser zusage gilt die überhaupt mir halt einmal da ist doch irgendjemand anderes angesprochen könnte man jetzt sagen und es gibt nicht wenige leute die das tatsächlich auch so lehren und immer wieder mal die gelbe oder sogar die rote karte zeigen als schiedsrichter auftreten und sagen hey halt du heiden christ du jünger jesu aus den nationen darfst jetzt nicht einfach diese so schön diese verse auch sind diese verheissung so eins zu eins auf dich nehmen warum ja wenn man genauer hinschaut da muss man zuerst einmal sagen ja das stimmt da spricht gott eigentlich zu wem ja zu israel wenn wir in jesaja 54 vers 10 noch mal genauer hingucken dann lesen wir zu wem gott da eigentlich zuerst einmal spricht nämlich jesaja 44 vers 11 du elende sturmbewegte ungetröstete also weiblich ja wer ist da gemeint siehe ich lege deine steine in hartmörtel und lege deine grundmauern mit safiren ich mache deine zinnen aus rubinen und deine tore aus karfunken und deine ganze einfassung aus edelstein ja jetzt ist klar oder da ist die stadt jerusalem gemeint die zukünftige stadt jerusalem das zukünftige volk gottes das gott erlösen wird und jetzt ist natürlich sofort die frage ja aber wenn da jetzt israel gemeint ist oder jerusalem gilt das mir vor allem jetzt auch in jesaja 43 was ich vorher gelesen habe da ist es noch expliziter in jesaja 43 vers 1 heißt es nämlich aber jetzt so spricht ja wer der dich geschaffen hat wer wer ist hier gemeint wer wer soll sich nicht fürchten und ich habe dich erlöst und wenn du durchs wasser gehst und durchs feuer es wird dir nichts geschehen wer ist gemeint jakob und der dich gebildet hat wer israel ja jetzt ist hier klar oder dass wirklich in erster linie israel das volk israel angesprochen ist und da kommt jetzt natürlich die frage ja dürfen wir dann in diesem fall wenn eigentlich hier israel angesprochen ist dürfen wir als gläubige aus den nationen diese verheissungen einfach so eins zu eins für uns nehmen vielleicht ist sogar die frage ja gelten sie uns überhaupt nicht diese verheissung gelten sie nur israel oder gelten sie einfach zur hälfte uns so mit halber kraft und ich möchte jetzt mit euch zusammen ins neue testament hinein schauen weil das neue testament gibt uns ganz klar die antwort und zwar nicht an einer stelle sondern an mehreren stellen und ich möchte jetzt einfach mit einer stelle anfangen und zwar ist das zweite korinther kapitel 6 ich möchte vorausschicken zuerst dass es einfach für uns alle klar ist auch vom wort gottes her die korinther waren in erster linie nicht juden christen sondern sie waren in erster linie heiden christen jesus gläubige jünger neugeborene jünger aus den nationen wie komme ich darauf in apostelgeschichte 18 lesen wir wie paulus nach korinth kommt und das evangelium dort in den synagogen verkündet und zwar juden und griechen lesen wir und dann lesen wir als die juden große mühe hatten und widerstand leisteten dass paulus sagt okay dann gehe ich von jetzt an zu den nationen wo in korinth und erzähle ihnen das evangelium mache mit ihnen jüngerschaft gehe tiefer in das ganze hinein wenn ihr das wort gottes das evangelium von euch stößt und dann lesen wir in apostelgeschichte 18 dass er zu einem gottes fürchtigen heiden eingegangen ist und vor allem dort gelehrt hat und wir lesen nachher später dass das evangelium von vielen korinthern angenommen wurde und damit sind jetzt die heiden gemeint also die heidnischen korinther sind zum glauben gekommen auch in den zwei korinther briefen aus dem ersten korinther und zweiten korinther brief den wir im neuen testament haben lesen wir an verschiedenen stellen klar raus dass die mehrheit dieser zuhörer von paulus oder dieser leser von seinen briefen wirklich heiden christen waren also zum beispiel spricht er vom götzen dienst und götzen opfer fleisch das sind themen die vor allem natürlich die heiden christen angegangen sind und jetzt auch in zweiter korinther 6 in diesem text wo ich lese kommt auch klar raus hey da spricht er vor allem zu heiden christen weil er sagt in zweiter korinther 6 vers 14 folgendes geht nicht unter fremdartigen joch mit ungläubigen denn welche verbindung haben gerechtigkeit und gesetzlosigkeit oder welche gemeinschaft hat licht mit finsternis und welche übereinstimmung christus mit belial oder welches teil ein und ein gläubiger mit einem ungläubiger oder welchen zusammenhang der tempel gottes mit götzen bilden also hier kommt das auch noch mal raus offenbar war das irgendwie bei gewissen heiden christen immer noch so ein ein thema eben götzen dienst götzen bilder irgendwelche kompromisse und jetzt ist aber interessant was er in vers 16 weiter sagt jetzt sagt er den wir also paulus bezieht sich hier mit hinein aber er nimmt alle korinthischen gläubigen denen diesen brief schreibt mit hinein und sagt denn wir alle zusammen sind der tempel des lebendigen gottes wir sind der tempel des lebendigen gottes und jetzt kommt es die interessante ergänzung wie gott gesagt hat doppelpunkt ja was hat gott gesagt wo hat er es gesagt es ist keine frage jetzt die beiden folgenden verse sind zitate verschiedene zitate aus dem alten testament teilweise zitiert paulus sehr wörtlich aus einem text teilweise zitiert er aus mehreren texten gleichzeitig und teilweise ist einfach angelehnt aber alles alttestamentliche texte alles alttestamentliche verheißungen und jetzt gehen wir und gucken wir uns das mal an das sind verheißungen das sind aussagen die jetzt alle nicht einfach so theoretisch in den raum geworfen werden sondern sind alles verheißungen die paulus jetzt all diesen korinthern zuspricht wo er gottes wort zitiert und sagt das geht euch an wie komme ich darauf ja schon der erste fest zeigt es ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr gott sein und sie werden mein volk sein das ist jetzt nicht einfach so ein theoretischer einwurf da spricht die korinther ganz direkt an weil vorher hat er ja gesagt wir zusammen sind der tempel des lebendigen gottes und jetzt sagt er so hat es gott nämlich schon gesagt er hat es so schon bezeit prophezeit warum ich will unter ihnen wohnen was ist der tempel gottes ja das ist der wohnort gottes und jetzt sagt er das steht schon so im alten testament ich will unter ihnen oder jetzt auch direkt angesprochen ich will unter euch wohnen unter euch korinther und er bezieht jetzt diese verheißung aus dem alten testament ganz klar auf diese korinther und dann lesen wir weiter darum geht aus ihrer mitte hinaus und sondert euch ab spricht der herr und rührt unreines nicht an da auch das ist ein zusammenhang zu der situation der korinther oder wo es ja dieses thema ist kompromisse mit dem götzendienst und darum zitiert er hier auch aus dem alten testament und sagt ihr sollt euch absondern ihr sollt nichts unreines anrühren also all diese aussagen aus dem alten testament bezieht paulus auf die korinther aus alle korinther und dann sagt er und ich werde euch annehmen und werde euer vater sein und ihr werdet mir söhne und töchter sein spricht der herr der allmächtige wenn wir jetzt ein bisschen diese verheißungen angucken diese aussagen aus dem alten testament dann stellen wir etwas fest etwas ganz ganz interessantes wir fangen mal an oder bei der aussage ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr gott sein und sie werden mein volk sein wo steht das im alten testament wenn man diesen text genauer anschaut und das sagen auch andere kommentatoren der bibel dann zitiert paulus hier in erster linie mal aus dritter mose kapitel 26 vers 12 weil nur dort kommt das vor ich will unter ihnen oder ich will unter euch dem volk gottes will ich wandern auch das griechische wort was dort vorkommt paulus zitiert hier wahrscheinlich aus der griechischen übersetzung des alten testamentes aus der selbst wo kinder kommt genau an dieser stelle vor und wahrscheinlich verbindet er aber diese prophezeiung dort auch mit mit einer stelle in in zweiter mose kapitel 29 vers 45 und vielleicht auch noch als hezekiel 37 vers 27 aber auf jeden fall ist klar er zitiert aus einem text aus den fünf büchern mose wo ganz klar israel eigentlich die er angesprochen ist und zwar sogar israel damals in der wüste also wo gott eigentlich zum volk israel dass er aus ägypten herausgeführt hat sagt ich will unter euch wohnen unter euch will ich wohnen unter euch will ich wandeln ich will unter euch leben das spricht paulus hier eigentlich an er nimmt hier einen text wo eigentlich israel das volk gottes damals angesprochen und das schon sehr sehr interessant weil er spricht das jetzt eben auch den heiden christen zu den neugeborenen jüngern jesu in korinth aus den nationen sagt diese verheissung gilt auch euch wenn wir nachher weiter schauen darum geht aus ihrer mitte hinaus und sondert euch ab und rührt unreines nicht an dann ist es ein ganz klares wörtliches zitat aus jesaja 52 vers 11 auch wieder ein text wo eigentlich israel angesprochen ist und paulus sagt jetzt hey dieser vers der gilt auch euch heiden christen gott spricht durch diesen vers direkt zu euch dann wenn wir weiter schauen und ich werde euch annehmen es ist keine frage paulus zitiert dort aus hezekiel 20 es ist nicht genau klar jetzt aus welchem vers weil im griechischen in der griechischen übersetzung ist zum beispiel schon im vers 34 in hezekiel 20 vers 34 kommt genau das wort von annehmen euch annehmen kommt auch dort in hezekiel 20 vers 34 vor aber nicht im hebräischen text aber im hebräischen und im griechischen text kommt es dann vor in hezekiel 20 vers 40 und 41 aber es ist nicht genau das gleiche griechische wort aber eigentlich mit der genau gleichen bedeutung ich will euch oder ich werde euch annehmen und jetzt wieder dort in hezekiel 20 was ist der zusammenhang was ist der kontext gott spricht eigentlich zum volk israel was er aus den völkern heraus führen wird aus den zerstreuung hinaus führen und zu sich nehmen wird und annehmen wird wohl gefällig annehmen wird und paulus nimmt jetzt diese stelle und sagt die gilt euch auch euch heiden christen euch neugeborenen jünger aus der nation in korinth dann kommt eine weitere aussage und ich werde euch vater sein das ist jetzt ein sinngemäßes zitat weil so wörtlich ist das nicht so drin aber es ist sinngemäß zum beispiel 2 samuel 7 vers 14 dort spricht gott zu salomo ist eigentlich eine prophezeiung über salome die natürlich aber auch für jesus gilt und scheinbar nimmt paulus das und sagt das gilt auch für das volk gottes und spricht jetzt das eben auch den heiden christen in korinth zu vielleicht ist es aber auch eine anlehnung an jeremia 31 vers 9 wo wir lesen dass gott zum vater von israel geworden ist ein bisschen einfacher also ein bisschen noch klarer ist es aus welcher stelle dass es kommt ist es bei dieser aussage und ihr werdet mir söhne und töchter sein spricht der herr der allmächtige es gibt nur eine stelle wo gott sagt und ich werde nicht nur söhne des lebendigen gottes werdet ihr sein dieser zuspruch sondern auch töchter ich werde euch töchter zu mir nehmen söhne und töchter meine söhne meine töchter es gibt nur eine einzige stelle und das ist ihr sei ja 43 vers 6 und das spannende ist jetzt wieder eigentlich redet dort gott zum physischen volk israel aber paulus nimmt diese stelle und sagt sie gilt geistlich sie gilt auch den neugeborenen heiden sie gilt auch der gemeinde jesu die aus neugeborenen heiden auch besteht neben neugeborenen juden und gerade diese stelle ich weiß nicht ob ihr euch erinnert wir haben vorher gerade aus jesaja 43 1 diese wunderschöne verheißung ich lese sie noch mal gelesen jesaja 43 vers 1 und und 2 fürchte dich nicht denn ich habe dich gelöst ich habe dich bei deinem namen gerufen du bist mein wenn du durch das wasser gehst wenn du durchs feuer gehst es wird dir nichts geschehen und eigentlich haben wir vorher gelesen gott redet hier zu israel zu jakob seinem volk aber jetzt kommt paulus inspiriert vom heiligen geist und zitierten 2. korinther 6 aus jesaja 43 und sagt eben dort bei vers 6 wo eigentlich auch die söhne israels und die töchter israels gemeint sind und sagt die söhne und töchter meine söhne und töchter sind auch die heiden christen die neugeborenen aus den nationen und damit sagt eigentlich paulus auch diese 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 prophezeiung die einleitende prophezeiung jesaja 43 gehört eigentlich auch gilt eigentlich auch den neugeborenen gläubigen aus den nationen also paulus spricht jetzt in zweiter korinther 6 17 bis 18 verschiedene alttestamentliche verheißungen die eigentlich ans volk israel damals oder auch zukünftig gerichtet werden spricht der eins zu eins wirklich nicht abgeschwächt sondern eins zu eins den neugeborenen jüngern aus den nationen zu klar auch den juden christen den neugeborenen juden die in korinth dazu hören aber auch eben den heiden christen und abschliessen das ist interessant in zweiter korinther 7 vers 1 sagt er und das ist jetzt ganz ganz wichtig dass wir das noch mal festhalten da wir nun diese verheißungen haben geliebte so wollen wir uns reinigen von jeder befleckung des fleisches und des geistes und die heiligkeit vollenden in der ehrfurcht vor gott da wir nun diese verheißungen haben paulus sagt diese verheißungen habt ihr auch ich habe die als neugeborene jude aber ihr heiden christen habt diese verheißungen auch jetzt ist die frage hast du sie auch oder wurden sie dir genommen durch eine lehre hey nein überall dort wo israel angesprochen ist im alten testament irgendeine verheißung darfst du die nicht einfach so nehmen paulus sagt es nicht er sagt nein die darfst du haben und das finde ich mega mega ermutigend ich möchte jetzt eine zweite stelle mit euch zusammen anschauen die auch klar das zeigt dass mehrere verheißungen die gott eigentlich dem volk israel gegeben hat im alten testament eins zu eins auf die gläubigen so übertragen werden römer 9 vers 23 bis vers 26 er hat aber den reichtum seiner herrlichkeit an den gefäßen des erwahrens zu erkennen gegeben die er zur herrlichkeit vorher bereitet hat nämlich an uns die er auch berufen hat nicht allein aus den juden sondern auch aus den nationen wie er auch als kommt die begründung wie er auch wie gott auch in hosea sagt ich werde nicht mein volk mein volk nennen und die nicht geliebten geliebte das ist hosea 2 vers 25 und dann zitiert er weiter und es wird geschehen an dem ort dazu ihm gesagt wurde ihr seid nicht mein volk dort werden sie söhne des lebendigen gottes genannt werden hosea 2 vers 1 in beiden stellen ist vom zusammenhang eigentlich klar dass gott zum haus israel zum physischen haus israel aber jetzt kommt paulus und nimmt diese texte und sagt nein diese texte gelten nicht nur dem volk israel sie gelten auch den heiden gott spricht durch diese texte er verheisst durch diese texte dass er auch die nationen zu seinem volk die nationen die vorher nicht gottes volk war als sein volk annimmt dass er die die nicht söhne gottes waren jetzt als söhne gottes annimmt also wieder eine ganz klare stelle wo eigentlich im alten bund im alten testament das volk israel angesprochen ist paulus inspiriert vom heiligen geist diese verheissung nimmt und einfach boom nicht negativ sondern boom positiv den heiden christen zuspricht jetzt möchte ich eine weitere stelle anschauen und die steht im buch der offenbarung offenbarung 7 vers 9 lesen wir von einer riesigen volksmenge die johannes sieht und diese volksmenge die kommt aus die setzt sich diese volksmenge setzt sich zusammen aus jeder nation und aus stemmen und völkern und sprachen und diese diese große volksmenge die steht vor dem thron gottes und vor dem lamm bekleidet mit weißen gewändern und palmen in ihren händen und dann lesen wir in den versen 15 und 17 über diese volksmenge über diese volksmenge von neugeborenen jüngern jesu aus allen völkern lesen wir folgendes darum vers 15 darum sind sie vor dem thron gottes und dienen ihm bei tag und nacht in seinem temper und der der auf dem thron sitzt wird über ihnen wohnen und sie werden nicht mehr hungern auch werden sie nicht mehr dürsten noch wird die sonne auf sie fallen noch irgendeine glut denn das lamm das in der mitte des thrones ist wird sie hüten und sie leiten zu wasserquellen des lebens und gott wird jede träne von ihren augen abwischen manchmal kann es geschehen wir lesen diesen text so und wir merken gar nicht dass eine ganz ganz starke anlehnung an ein text im alten testament vorliegt ich möchte vorlesen aus jesaja 49 vers 10 sie werden nicht hungern und nicht dürsten und weder wüsse blut noch sonne wird sie treffen denn ihr erbarmer wird sie leiten und wird sie zu wasserquellen führen weiß nicht ob es euch aufgefallen ist aber das ist eins zu eins das was wir in offenbarung 7 lesen wir lesen offenbarung 7 oder sie werden nicht hungern sie werden nicht dürsten die sonne und nicht irgendeine andere glut wird sie treffen wird sie wird sie wird auf sie fallen und er wird sie hüten und sie leiten zu wasserquellen also all diese aspekte die ich jetzt noch mal gelesen habe finden wir in jesaja 49 vers 10 also mit anderen worten eigentlich sieht johannes der apostel johannes die erfüllung der prophezeiung die wörtliche erfüllung der prophezeiung aus jesaja 49 vers 10 und jetzt ist interessant an wen ist ein jesaja 49 diese diese verse gerichtet keine frage das tut der zusammenhang zeigt es eigentlich es ist wieder israel eigentlich gemeint das volk israel aber jetzt sehen wir in der offenbarung johannes die die erfüllung dieser prophezeiung mit heiden christ mit neugeborenen jüngern aus allen völkern ja jetzt können wir natürlich sagen ja ok bis jetzt hatten wir einzelne prophezeiung die im alten testament eigentlich an das physische volk israel gerichtet waren die jetzt im neuen bund im neuen testament einfach so eins zu eins auf die heiden christen übertragen werden aber ja nicht alle also es müssen jetzt nicht alle verheissungen sein sondern es kann ja auch ausnahmen geben wo einfach gewisse dinge den heiden christen nicht gelten auch im neuen bund nicht sondern nur dem volk israel um diese frage zu beantworten können wir eine stelle anschauen und zwar ist das zweite korinther 2. korinther 1 2. korinther 1 verse 19 bis 22 denn der sohn gottes christus jesus der unter euch durch uns gepredigt worden ist wieder wer sind die angesprochen es sind neu geboren vor allem auch aus den nationen denn der sohn gottes christus jesus der unter euch durch uns gepredigt worden ist durch mich und silvanus und timotheus war nicht ja und nein sondern in ihm also in dem sohn gottes in christus jesus ist ein ja geschehen denn so viele verheissungen gottes es gibt also welche verheissung auch es immer gibt in ihm in jesus ist das ja in jesus deshalb auch durch ihn das amen gott zur ehre durch uns der uns mit euch festigt in christus und uns gesalbt hat ist gott der uns auch versiegelt hat und die anzahlung des geistes in unsere herzen gegeben hat der entscheidende vers ist vers 20 denn so viele verheissungen gottes es gibt welche verheissung es auch immer gibt die gott jesus gegeben hat in jesus ist das ja ja was für ein ja ja das ja zu dieser verheissung diese verheissung gilt diese verheissung gilt das ja ja in jesus ist was gott gesagt hat das gilt ja und die in jesus ist das amen ja was heißt das amen das amen heißt das kennen wir alle oder das amen heißt so sei es so soll es geschehen also mit anderen worten die verheissung soll wahr werden sie soll geschehen ja zu wem redet hier paulus zu vor allem heiden christen neugeborenen jüngern aus den nationen und es sagt in jesus ist für euch das ja zu allen möglichen verheissung zu allen verheissung gottes die es gibt es ist das amen in jesus das heißt es soll so geschehen ja wie theoretisch für irgend jemand anderes nein für euch ist das amen in jesus christus und paulus tut auch den korinther zusprechen dass sie in christus sind dass die christus haben dass sie seine schätze haben mit anderen worten in christus haben sie das ja die gültigkeit von allen verheissungen die es überhaupt gibt die gott jemals gemacht hat in jesus christus haben sie das amen so soll es geschehen jede verheissung soll geschehen wo wie bei mir bei uns neugeborenen heiden aus der nationen amazing wunderbar ein riesengeschenk und eigentlich doch so klar so aber was paulus hier noch macht er wendet es praktisch an und das ist das interessante er sagt in vers 22 redet er von dem empfangen des heiligen geistes und der zusammenhang ist natürlich diese verheissung gottes die es gibt weil eine ganz ganz wichtige starke verheissung ist dass gott seinen geist geben wird in hezekiel zum beispiel hezekiel 36 dann lesen wir auch natürlich von der verheissung in joel 3 oder dass gott sein geist ausgießen wird und beide prophezeiungen sind eigentlich in erster linie an das volk israel das physische volk israel gericht aber jetzt spricht er das den heiden christen zu uns und bringt die praktische den praktischen beweis dass ebenso viele verheissungen es gibt in jesus allen heiden christen gültig sind und 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 das ein ja durch jesus für die heiden christen ist von allen verheissung und ein amen so soll es geschehen für euch heiden christen und das ist schon einfach ein mega riesiges riesiges geschenk ich möchte an dieser stelle etwas ein bisschen aus meinem leben erzählen wenn ich so kucke ich bin jetzt schon länger mit jesus unterwegs dann habe ich immer wieder diesen segen erlebt wie gott durch sein wort zu mir spricht wie er ermutigend zu mir spricht wie er in schwierige situationen verheissungen hinein gibt ich lese einfach immer wieder regelmäßig in der bibel und dann erlebe ich wie gott plötzlich zu mir redet und immer wieder ist mal vorgekommen in meinem längeren leben jetzt mit jesus dass gott prophezeiungen des alten testamentes wo eigentlich gott in erster linie mal ans physische haus israel sich richtet dass er dort einfach diese verheissung voll mir zuspricht und das habe ich auch erlebt jetzt diese in diesem jahr zum beispiel mega stark ich habe wir wir waren letztes jahr schon mal gewisse von unserer familie in einem asiatischen land um menschen dort von jesus zu erzählen wir haben sehr schöne dinge erlebt die menschen zu jesus gekommen sind wie sie freiheit erlebt haben wie sie heilung erlebt haben und dann war dieses jahr für uns wieder natürlich die frage hey sollen wir wieder dorthin gehen sollen wir wieder auch für länger mal als ganze familie dorthin reisen um menschen von jesus unerreichten menschen in einem unerreichten volk einfach auch von jesus erzählen und dann haben wir das natürlich nicht einfach leichtfertig diesen schritt gemacht weil es ja auch nicht immer so einfach ist in solchen ländern haben darüber gebetet gott gebeten hey gott rede zu uns sag uns was was wir tun sollen was wir machen sollen wir müssen bald buchen und dann waren wir zusammen als familie am essenstisch und haben so gebetet auch und plötzlich kommt mir eine bibelstelle jesaja 55 und zuerst war ich ein bisschen enttäuscht weil ich konnte so die ersten verse und habe ich gedacht ja da geht es ja doch jetzt nicht um eine reise in so ein land und dass jetzt gott da uns zuspricht hey wir sollen dieses land gehen dann habe ich aber trotzdem einfach diese stelle mal aufgeschlagen und dann habe ich etwas mega starkes erlebt wie gott zu mir geredet hat jesaja 55 vers 1 auf ihr durstigen alle kommt zum wasser und ihr die ihr kein geld habt kommt und kauft und erst ja kommt kauft ohne geld und ohne kaufpreis wein und milch das habe ich noch so in erinnerung gehabt und gedacht ja okay gut das hat jetzt nicht viel mit dieser reise in dieses andere land zu tun und dass gott jetzt da uns ermutigt diesen schritt zu machen habe ich weiter gelesen warum wiegt ihr geld ab für das was kein brot ist und euer verdienst für das was nicht sättigt hört doch auf mich und es das gute und eure seele habe sich am fetten neigt euer ohr und kommt zu mir hört und eure seele wird leben und ich will einen ewigen bund mit euch schliessen getreu den unverbrüchlichen gnaden erweisen an david hier wird klar hier redet gott eigentlich zum volk israel auch in verschiedenen texten dort in jesaja kapitel 40 bis kapitel 66 ist immer wieder dieses ermutigende dieses ermahnende teilweise auch ans volk israel und hier kommt es auch wieder durch und jetzt kommt vers 4 und dann plötzlich habe ich gemerkt wow hey was ist hier los siehe ich habe ihn zu einem zeugen für völkerschaften gesetzt zum fürsten und gebieter von völkerschaften siehe du plötzlich wird hier jemand angesprochen siehe du wirst eine nation herbeirufen die du nicht kennst und eine nation die dich nicht kannte wird zu dir laufen wegen der wegen jahres deines gottes und wegen des heiligen israels denn er hat dich herrlich gemacht in dem moment wo ich diese verse lese und vorher ich habe ja gewusst ich hatte diesen diesen bibeltext im kopf habe ich gedacht das kann kein zufall sein es gibt genau einen text einen text im gesamten alten testament auch in der neuen testament wo es heißt dass eine nation die du nicht kennst und die dich nicht kennt zu dir laufen wird wegen gott in dir und in dem moment habe ich gewusst ich habe gewusst gott hat geredet er hat zu mir geredet er hat persönlich durch diesen text zu mir geredet meine frau ich habe dann das so geteilt also ich war nicht so begeistert über diesen gedanken dass wir als familie zwei monate dort in dieses land ziehen und dann hat sie einfach gedacht ja gut okay gott redet jetzt halt zu lukas meinem mann und genau und und ich kann dann vielleicht trotzdem noch da bleiben mit den kindern und lukas geht einfach vielleicht nicht so lange aber geht für eine gewisse zeit einfach dorthin wieder mit einheimischen brüdern dort das evangelium weiter zu verbreiten und dann lese ich hier weiter oder ich habe dann weiter gelesen oder und das läuft so im kopf von meiner frau ab sucht den herrn während er sich finden lässt ruft ihn an während er nahe ist der gottlose verlasse seinen weg und der mann der bosheit seine gedanken und er kehre um zu jahwe so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem gott denn er ist reich und vergebung und jetzt kommt es denn meine gedanken sind nicht eure gedanken und eure wege sind nicht meine wegen spricht jahwe denn so viel höher der himmel ist als die erde so sind meine wege höher als eure wege und meine gedanken als eure gedanken und in dem moment bam redet gott mitten ins herz von meiner frau und sie weiß hey jetzt habe ich gerade gedacht oder jetzt geht lukas alleine aber gott sagt nicht dass sie nicht meine gedanken mir ihr geht das familie dort rüber und das haben wir dann gemacht aufgrund von diesen verheißungen sind wir rübergegangen und wir haben auch erlebt wie menschen dort zu uns gelaufen sind gottes herrlichkeit in uns gesehen haben durch prophetische worte die wir weitergegeben haben durch diese vielen predigten evangelisationen wo ich gepredigt habe oder durch heilungsgebete durch befreiungsgebete wie menschen zum glauben an jesus gekommen sind und dieses volk das eine ganz andere sprache spricht mich nicht kennt ich ganz anders aussehe einfach gott mich uns gebraucht hat das war so so ermutigen ich hatte bevor wir dorthin gereist in dieses land für diese zwei monate eine extrem schwierige zeit und wieder hat gott mich ermutigt so persönlich so individuell so stark ermutigt durch eine prophezeiung aus dem alten testament eine prophezeiung die eigentlich in erster in dem physischen haus israel gilt und zwar ich war fünf monate bevor wir nach in dieses land gereist in den asien war ich fünf monate länger krank und zwar wirklich war teilweise wirklich sehr schwach und habe nicht gewusst wie schwer krank ich bin habe sagt teilweise medizinisch abgeklärt aber nicht alles und das war auch eine gewisse untersuchung wäre eigentlich überfällig gewesen wäre ich auch von den ärzten eigentlich angeraten gewesen aber es hat einfach zeitlich nicht mehr gereicht diese diese untersuchung zu machen und ich war wirklich hin und her gerissen einerseits schaffe ich das kräftemäßig andererseits hey ich gehe jetzt in den land wo die medizinische versorgung nicht so mega gut ist und was was tue ich hier eigentlich und ich habe mehrfach erlebt wie gott durch einen text in jesaja 58 zu mir geredet hat und ich habe das mehrfach erlebt wie durch zufall dass eigentlich diese verse zu mir gekommen sind und die haben wir haben mich sehr ermutigt jesaja 58 vers 6 lesen wir folgendes ist es nicht vielmehr dass ein fasten an dem ich gefallen habe ungerechte festen zu lösen die knoten des joches zu öffnen gewalttätig behandelt er als freie zu entlassen und dass ihr jedes joch zerbrecht besteht es nicht darin dein brot den hungrigen zu brechen und dass du heimatlose ende elende ins haus führst wenn du einen nackten siehst dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem nächsten nicht entziehst dann wird etwas geschehen wenn du das tust dann wird dein licht hervorbrechen wie morgenröte und deine heilung wird schnell sprossen und dann geht es noch weiter sind weitere ermutigende verse und gott hat durch diese verse vor allem auch jetzt vers 8 einfach so stark zu mir geredet und ich habe mich wirklich auch aufgrund von diesem wort was eigentlich an das volk israel gerichtet ist habe ich diesen schritt mit meiner familie gemacht trotz krankheit in dieses land zu ziehen und ich habe es teilweise so erlebt ich habe wie von gott gespürt ich habe diese liebe für diese notleiden für die gefangenen für die dämonisierten dieser dieses volkes dort so viele menschen sind in diesem asiatischen land durch götzendienst dämonisiert durch sünden gebunden und ich habe wirklich erlebt wie gott mir erbarmen gegeben hat wie ich sehnsucht hatte diese leute in jesu namen freizusetzen ich habe für kranke leute gebetet ich habe gepredigt an verschiedenen verschiedenen evangelisationen teilweise täglich ich war teilweise kräftemässig wirklich wirklich nicht gut beieinander und ich habe für leute gebetet habe gesehen wie sie geheilt wurden wie sie befreit wurden mir selber ging es nicht so gut aber ich bin dran geblieben ich habe mich immer wieder an diesen verheissung habe ich mich festgehalten und ich wurde gesund ich wurde gesund und das ist für mich einfach so so ermutigend und ich möchte einfach ich möchte dich wirklich persönlich hier an dieser stelle ansprechen lass dir nicht gottes wort stehlen lass dir nicht durch irgendeine theologie die nicht biblisch ist lass dir nicht die prophezeien die alttestamentlichen zusagen gottes stehlen lass sie dir nicht stehlen gott so haben wir in zweiter korinther 1 gelesen alle verheissungen so viele es gibt gott will durch sie dich ermutigen das ist so schön und ich möchte an dieser stelle noch mal eine belegstelle zu lesen und das ist römer 15 römer 15 vers 1 wir aber die starken sind verpflichtet die schwachheiten der kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen jeder von uns gefallen dem nächsten zum guten zur erbauung als es geht in diesem zusammenhang um ermutigung und trösten denn auch der christus hat nicht sich selbst gefallen sondern wie geschrieben steht und jetzt zitiert aus dem alten testament die schmähungen der die dich schmähen sind auf mich gefallen und jetzt kommt vers 4 denn alles nicht weniges alles was früher geschrieben ist noch mal alles was früher geschrieben ist also das gesamte alte testament ist zu unserer belehrung geschrieben und er redet hierzu auch zu heidenchristen im neuen bund weil die römer waren ganz klar auch teilweise heidenchristen das kommt ganz klar raus denn alles was früher geschrieben ist ist zu unserer belehrung geschrieben damit wir wozu durch das ausharren und durch die ermunterung die tröstung der schriften die hoffnung haben das ist eigentlich das was geschehen soll durch gottes wort durch die prophezeiung durch die tröstungen durch die zusprüche im alten testament will gott ich segne er will dich sehen dass du sie glaubst und tröst und findest und dass du sie dann auch erlebst wenn du wenn du daran glaubst wenn du gemäss deinem glauben dann auch handelst also wir haben jetzt gesehen dass eigentlich verheissungen alle verheissungen sogar die gott im alten testament dem volk israel macht auch uns neugeborenen aus den nationen gelten und jetzt kommt die frage warum ist das so warum ist das so dass diese verheissungen die eigentlich an israel gerichtet sind auch uns gelten und die antwort ist jetzt weil wir durch jesus auch israel geworden sind und das möchte ich jetzt mit euch zusammen anschauen und zwar in epheser 2 möchte ich lesen aus vers 11 bis vers 19 deshalb denkt daran dass ihr einst aus den nationen dem fleisch nach unbeschnittene genannt von der sogenannten beschneidung die im fleisch mit händen geschieht zu jener zeit ohne christus wart ausgeschlossen vom bürgerrecht israels also ihr habt nicht zu israel gehört und fremdlinge hinsicht der bündnisse der verheissung also auch hier fremdlinge hinsichtlich der verheissung und ihr hattet keine hoffnung ohne verheissung wart ihr ohne gott in der welt jetzt aber in christus jesus seid ihr die ihr einst fern wart durch das blut des christus nahe geworden denn er ist unser friede er hat aus beiden also aus diesen völkern und aus dem physischen israel eins gemacht und die zwischenwand der umzäunung die feindschaft in seinem fleisch also in jesus abgebrochen er hat das gesetz der gebot in satzung beseitigt um die zwei frieden stiften in sich selbst zu einem neuen menschen zu schaffen und die beiden in einem leib zahlwort in einem nicht zwei leiber in einem leib mit gott zu versöhnen durch das kreuz durch das er die feindschaft getötet hat und er kam und hat frieden verkündigt euch den fernen und frieden nahen das ist wieder eine anlehnung an jesaja denn durch ihn haben wir beide durch einen geist den zugang zum vater so seid ihr nur nicht mehr fremde ihr seid nicht mehr nicht bürger sondern ihr seid mit bürger der heiligen und gottes hausgenossen das heißt ihr neugeboren aus den nationen ihr seid mit dem neugeborenen israeliten den physischen ethnischen fleischlichen israeliten die neu geboren sind seite zu einem gemacht ihr seid jetzt auch mit hinein genommen in all diese verheißung weil ihr wirklich nicht ein bisschen nicht nur geistig sondern wirklich wirklich so wirklich richtig dazugehört und noch mal wirklich richtig 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 dazugehört er sagt es auch in epheser 3 vers 6 er sagt dort die nationen sollen nämlich mit erben und mitglieder am gleichen leib sein wörtlich heißt es mit einverleibte mit einverleibte sollten sie sein wohin in das volk gottes sind das gerettete volk gottes und mit teilhaber der verheißung in christus jesus durch das evangelium ich möchte eine weitere stelle anschauen wo wirklich klarer zuspruch kommt nicht nur du gehörst zu israel dazu du bist sogar israeli du bist sogar jude wenn du wirklich an jesus glaubst von neuem geboren bist dann bist du sogar jude und zwar sagt paulus dass in römer 2 vers 26 wenn nun der unbeschnittene das heißt der heide die rechtsforderung des gesetzes befolgt warum weil er befähigt ist durch den heiligen geist neu geboren wird dann nicht sein unbeschnittensein für beschneidung gerechnet werden selbstverständlich eine rhetorische frage und das unbeschnittensein von natur dass das gesetz erfüllt dich richten der du mit buchstaben und beschneidung ein gesetzes übertreter bist denn nicht der ist ein jude der es äusserlich ist noch ist die äusserliche beschneidung im fleisch die beschneidung sondern der ist ein jude über über wen redete er redet über heiden christen die neu geboren sind die jesus nachfolgt sondern der eben der ist ein jude der innerlich es ist und eine beschneidung hat des herzens im geist nicht im buschnaben sein lob kommt nicht von menschen sondern von gott also er spricht hier den neugeborenen heiden zu weil sie eine beschneidung des herzens haben dass sie jude sind israeliten sind das schon mega mega stark und es ist auch so zum beispiel im kolosser brief wo paulus ja einen brief schreibt an die kolosser auch vor allem auch heiden christen die ihnen sagt er ist ganz klar ihr habt eine beschneidung ihr seid beschnitten ihr seid wirklich beschnittene hier sagt es auch in römer aber hier sagt es noch mal ein kolosser ihr seid beschnitten mit der beschneidung christ eine geistliche eine nicht fleischlich sondern ein geistlich und das schon sehr ermutigend ist sehr sehr stark und es erklärt warum paulus inspiriert vom heiligen geist immer wieder prophezei und die eigentlich an israel gerichtet sind aus dem alten testament auf die heiden christen übertragen ja weil sie auch israel sind ich möchte eine weitere belegstelle mit euch zusammen anschauen zur römer 9 vers 6 bis 8 nicht aber als ob das wort gottes hinfällig geworden wäre denn nicht alle die aus israel sind das sind israeliten auch nicht weil sie abrahams nachkommen einfach sind sind alle kinder von abraham denn jetzt zitiert er in isaac wird deine nachkommenschaft genannt werden das heißt nicht die kinder des fleisches sind die kinder gottes sondern die kinder der verheissung werden als nachkommen schafft gerechnet und jetzt spricht paulus an einer anderen stelle den heiden christen zu ihr seid kinder ihr seid söhne der verheissung das heißt ihr seid was ihr seid israeliten eine weitere stelle ist galater 3 26 galater 3 26 bis 29 denn ihr alles seid söhne gottes durch den glauben in christus jesus denn wenn ihr alle die ihr auf christus getauft worden seid ihr habt christus angezogen da ist nicht jude noch grieche da ist nicht sklave noch freier da ist nicht mann und frau denn ihr alles seid einer in christus jesus wenn ihr aber des christus seid wenn ihr christus gehört so seid ihr damit abrahams nachkommen schafft und nach der verheissung erben und das hatte genauso hat es auch oder ähnlich hat es gesagt in galater 3 vers 6 bis 14 dort lesen wir ebenso wie abraham gott glaubte und es ihm zur gerechtigkeit gerechnet wurde er kennt daraus die aus glauben sind das sind abrahams söhne und er redet hier er spricht hier vor allem zu heiden christen die schrift aber voraus sind jetzt begründet er das auch noch mal dass es wirklich hier jetzt um heiden christen geht die durch den glauben eben söhne abrahams werden also zum physischen volk israel wie hineingenommen werden die schrift aber voraus sind dass gott die nation aus glauben rechtfertigen werde verkündigte dem abraham die gute botschaft in dir werden gesegnet werden alle nation folglich werden die die aus glauben sind mit dem gläubigen abraham gesegnet denn alle die aus gesetzes werden sind sind verflucht und sagte verflucht ist jeder so steht es geschrieben oder und dann sagt er aber in vers 13 christus hat uns losgekauft von dem fluch des gesetzes in dem er ein fluch für uns geworden ist denn es steht geschrieben verflucht ist jeder der am holz hängt damit wozu damit der segen abrahams in christus jesus zu den nation kam damit wir die verheissung des geistes durch den glauben empfangen also hier auch noch mal an dieser stelle klar wir sind sogar abrahams söhne wirklich wir sind wirklich nachkommen schafft von abraham und jetzt möchte ich eine stelle noch lesen die das noch mal ganz stark auch sagt und zwar ist das galater 4 vers 26 bis 28 das jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere mutter denn es steht geschrieben jesaja 54 vers 1 freue dich du unfruchtbare die du nicht gebierst bricht in jubel aus und rufe laut die du keine geburts wehen erleidest denn viele sind die kinder der einsamen mehr als die der jenigen die den mann hat ihr aber brüder seid wie isaac kinder der verheissung und hier spricht er ganz klar eben wieder die glatte vor allem acht das sehen wir im glatte brief vor allem heiden christen und er sagt ihr seid wie isaac kinder der verheissung und er spricht ihnen zu diese verheissung aus jesaja 54 vers 1 freue dich du unfruchtbare die gilt euch ihr seid von dieser unfruchtbaren person seid ihr die kinder ihr seid diese kinder der verheissung und wenn wir jetzt zurückgehen in jesaja 54 dann sehen wir plötzlich folgendes in jesaja 54 vers 1 sehen wir eigentlich das volk gottes das volk israel angesprochen die stadt jerusalem und jetzt sagt aber paulus das ist das jerusalem das neue jerusalem das geistliche jerusalem und wir ihr wir alle die neugeborenen juden und die neugeborenen aus den nationen sind kinder von ihnen und das ist wie jetzt aus der perspektive des neuen testaments in jesaja 54 vers 1 die klare aussage hey diese verheissung gilt uns wir sind hier angesprochen und dann kommt es oder dann redet ja der herr weiter und dann kommen wir eben unter anderem zu diesem bekannten vers der am anfang gestanden ist denn die berge mögen weichen und die hügel mögen wanken aber meine gnade wird nicht von dir weichen oder wird nicht von dir weichen und mein friedensbund wird nicht wanken er spricht zu diesem jerusalem von oben diesem geistlichen volk gottes und seinen kindern mit anderen worten auch da zeigt sich wieder diese verheissung diese wunderschöne verheissung sie gelten uns im neuen bund weil wir kinder gottes sind weil wir kinder des geretteten volkes israel sind weil wir mit den neugeborenen juden zusammen israel bilden und das ist eigentlich gottes sicht von anfang an und es ist die sicht die wir dann haben müssen definitiv haben müssen wenn wir das neue testament ernst nehmen wollen jetzt ist natürlich die frage ja was ist jetzt mit den menschen mit den juden mit den israeliten den ethischen israeliten die nicht an jesus christus glauben vom neuen testament her ist ganz klar also die neugeborenen juden die neugeborenen heiden die wurden zu einem leib zu einem geretteten volk gottes zusammengefügt die alle verheissungen auf sich aus dem alten testament nehmen können aber jetzt ist die frage was ist mit diesen menschen mit diesen juden und israeliten nach dem fleisch die nicht an jesus christus glauben was ist mit ihnen was gelten da noch die verheissung oder gelten die nicht mehr und da ist ganz klar dass wir wieder in gottes wort schauen müssen und wir finden ganz deutliche klare antworten wenn wir im römer 9 öffnen dann lesen wir römer 9 vers 4 folgendes spricht dort von meinen brüdern meinen verwandten nach dem fleisch das sind israeliten sie sind israeliten auch wenn sie nicht glauben deren die sohn schafft ist und die herrlichkeit und die bündnisse und die gesetzgebung und der gottesdienst und die verheissungen paulus spricht es hier den physischen israeliten zu das gehört ihnen alles eigentlich man muss dieses wort eigentlich ganz klar einfügen kann ich einfach sagen ja die haben jetzt das alles sondern es ist von gott ihn zugedacht zugesprochen und er will es auch nicht zurücknehmen es ist eigentlich sein wunsch sie haben es eigentlich aber offenbar haben sie es von sich geschossen nicht gott hat es ihnen genommen sie haben es von sich gestoßen warum warum muss man das ganz klar so sagen ich sage die wahrheit in christus jesus so sagt es paulus vorher ich lüge nicht wobei mein gewissen mir zeugnis gibt im heiligen geist dass ich große traurigkeit habe ja warum ist es denn traurig wenn die israeliten alles haben sie haben die sohnschaft sie haben die verheißung die verheißung des vergebung der sünden im neuen bund all diese dinge ja wenn sie die alle haben warum ist es traurig ich habe traurigkeit unaufhörlichen schmerz in meinem herzen denn ich selbst ich habe gewünscht verflucht zu sein von christus weg für meine brüder meine verwandtschaft und so weiter und dann kommen all diese aussagen mit anderen worten paulus weiß die juden die israeliten nach dem fleisch die jesus christus ablehnen nicht im glauben angenommen haben zu der damaligen zeit die sind verflucht sie sind verflucht und er wünschte sich verflucht zu sein an ihrer stelle von christus weg weil gewusst hat in christus haben sie das alles nur in christus haben sie die sohnschaft haben sie die herrlichkeit der bündnisse haben die gesetzgebung haben den gottesdienst haben die verheißung dann sind sie vollkommen da dann kommen sie in erfüllung und das ist schon wichtig dass wir das sehen also gott spricht es dem physischen israel trotz ihrer zurückweisung trotz ihres unglaubens eigentlich zu er sagt eigentlich gehört ihnen das aber er sagt auch ganz klar diese verheißung des alten testamentes die eigentlich an israel gerichtet gerichtet sind die werden nur dann nur dann für das physische israel in erfüllung gehen wenn sie nicht im unglauben bleiben nur dann wenn sie umkehren in römer 10 1 sagt paulus brüder das wohlgefallen meines herzens und mein flehen für sie meine jüdischen brüder nach dem fleisch die die messias abgelehnt haben für sie zu gott ist was ist mein flehen dass sie gerettet werden dass sie gerettet werden mit anderen worten sie sind obwohl sie israeliten sind und bleiben und gottes ihnen zugedacht hat das heil die sohnschaft die verheißung sind sie nicht gerettet die verheißungen von rettung vergebung der sünden der neue bund im neuen bund vergebung der sünden der heiligen geist das ewige leben all diese dinge sie haben sie nicht sie haben diese rettung nicht und darum betet paulus er fleht er fleht weil er weiß sie sind ohne christus nicht gerettet jetzt ist aber ganz wichtig zu sehen wir können an dieser stelle nicht einfach aufhören wir können hier nicht aufhören und sagen okay israel hat es in dem sinn verpasst weil paulus uns ganz klar in römer 11 zeigt das ist etwas vorläufiges gott in seiner gnade gott in seiner liebe obwohl israel jesus von sich gestossen hat und darum auch die erfüllung alle verheißungen im moment verpasst hat will gott und wird gott sein plan mit seinem volk ausführen und das zeigt die gnade und die treue es zeigt etwas wunderschönes ich sage nun sind sie etwa gestreut gestrauchelt damit sie vielen also dass sie immer fallen und immer weg bleiben auf keinen fall sondern durch ihren fall ist den nationen das heil geworden um sie zur eifersucht zu reizen das heißt gott hat einen plan er hat gewusst okay israel hat in größerer zahl das physische israel hat den messias abgelehnt dadurch kann israel im moment die verheißungen nicht sehen aber jetzt hat gott einen plan er nimmt die heiden mit hinein sie erfahren sie die erfüllung all diese verheißung den heiligen geist die vergebung der sünden neues leben eine neue identität die nähe gottes ihr vater sie werden seine kinder sie empfangen segnungen weil sie plötzlich wie israel sind nicht wie sie sie sind auch israel jetzt und jetzt soll das die juden zur eifersucht reizen warum ja dass sie irgendwann sagen du hey das will ich auch und etwas zweites sagte das ist auch ganz wichtig also nicht nur sie sollen zur eifersucht reizen sondern er warnt die heiden christen erwartet uns erwartet uns uns zu überheben über die israeliten die im unglauben den messias abgelehnt haben das sagt er ganz klar das müssen wir zusammen lesen er sagt versetzen wenn aber das erstlingsbrot heilig ist so auch der teig und wenn die wurzel heilig ist so auch die zweige wenn aber einige der zweige herausgebrochen wurden sind dann meinte die physischen israeliten die im unglauben an jesus ihren messias abgelehnt haben und ungehorsam geblieben sind sind herausgebrochen wurden also aus dem geretteten volk gottes das alle verheißungen empfangen darf sie können alle verheißungen nicht empfangen sie gelten ihnen im moment nicht also gelten ihnen schon aber sie sehen die erfüllung nicht sie haben das amen nicht das geschieht jetzt das geschieht jetzt wirklich oder das haben sie nicht und du der du ein wilder ölbaum warst wie die heiden nation die ohne hoffnungen waren unter sie eingepfropft und der wurzel und der fettigkeit des öl baumes des volkes gottes des volkes israel mit heilhaftig geworden bist so und jetzt ein befehl an uns alle rühme dich nicht gegen die zweige wenn du dich aber gegen sie rühmst du trägst bedenke du trägst nicht die wurzel sondern die wurzel trägt dich du wirst nun sagen ja aber die zweige oder die physischen israeliten sind herausgebrochen worden damit ich reinkomme oder dass ich jetzt ein voller israelit bin oder das ist jetzt mein meine identität ja schon richtig sagt paulus sie sind herausgebrochen worden durch ihren umlagen du aber stehst du glauben aber jetzt sei nicht hochmütig sondern fürchte dich denn wenn gott die natürlichen zweige nicht geschont hat wird er auch dich nicht schonen wenn du in stolz hinein kommst wenn du dich überhebst was das ist eine eindeutige klare klare warnung und dass wir auch richtig glauben und was ist diese richtige glaube der richtige glaube hat einen gott vor augen der treu ist und zu seinem wort steht der selbst dort wo wir untreu sind treu bleibt der mit dem volk israel nach dem fleisch das ihren messias in großer zahl abgelehnt hat nicht am ende ist er ist nicht fertig er ist nicht fertig ich persönlich glaube dass sich diese prophezeiung an israel dass er sie sammeln wird aus den nationen dass diese prophezeiung sich erfüllen wird weiter beziehungsweise teilweise schon erfüllt hat also ich sehe dass das was geschehen ist nach fast 2000 jahren zerstreuung diese 2000 jahren wo sie verstreut waren kein eigenes land hatten in der mehrzahl nicht in ihrem eigenen von gott verheißenen land waren dass sich diese prophezeien und die wir haben im buch ezekiel in anderen stellen dass sich die erfüllt hat teilweise immer noch erfüllt dass gott überall her die die juden holt und ins verheißene land führt und dass dort dann auch ihr land wieder kriegen aber jetzt ist der punkt diese verheißung doch haben sich geistlich noch nicht erfüllt sie haben sich geistlich nicht erfüllt weil all diese verheißungen wo gott sie sammelt aus den nationen sind verknüpft mit einer geistlichen erneuerung die ist nicht komplett geschehen vers 25 denn ich will nicht brüder dass euch dieses geheimnis unbekannt ist damit ihr nicht euch selbst für klug halten verstockung ist israel zum teil widerfahren nur zum teil weil einmal sagt paulus ja ist dann gottes wort irgendwie für nichts oder oder hat sind seine verheißungen dass er ein volk sammelt und dass er sie rettet und so sind die alle ins leere gegangen nein er sagt ich bin auch israeli so gibt es heute noch ganz viele neugeborene juden oder aber jetzt sagt er verstockung ist israel zum teil widerfahren bis bis wann ist diese verstockung da bis die vollzahl der nationen hineingekommen sein wird also das sehen den plan den gott hat zur rettung aller völker das evangelium soll verkündigt werden allen völkern aus allen völkern will gott söhne und töchter voll volle israeliten volle juden durch gottes geist alle verheißungen gelten ihn überall will er sie haben aber er hat irgendeine vollzahl er hat den plan er will am ende was tun mit dem physischen israel und dann heißt es und so dann wird ganz israel gerettet werden wie geschrieben steht und jetzt kommt eine verheißung jetzt kommt eine verheißung aus jesai 59 es wird als zion der retter kommen er wird die gottlosigkeit von jakob dem physischen israel abwenden und dies ist für sie der bund von mir wenn ich ihre sünden wegnehmen das ist zitiert aus der griechischen übersetzung des alten testaments der septuaginta interessant ist noch wie es im hebräischen text steht dort steht ein erlöser wird kommen für zion und für die die in jakob vom treue vom treuebruch umkehren also auch hier wird wieder angedeutet sie werden nicht einfach gerettet weil sie israeliten sind sondern sie werden gerettet weil sie zum glauben kommen weil sie von ihrer sünde umkehren aber gott wird etwas wunderbares wirken durch sein geist am ende der zeit durch durch die kraft seines wortes aber auch durch menschen die ihn von jesus erzählen dass eine große zahl von juden noch gerettet werden wird und ich persönlich glaube wir leben in dieser zeit wir sehen seit einigen jahrzehnten eine nie dagewesene umkehr hinkehr von juden zu jesus und dass er mich ermutigt dass das gott auch weiterfahren wird und weiter wirken wird unter seinem physischen volk unter dem israel nach dem fleisch um es in alle verheissungen hinein zu führen um es in die erfüllung von allen verheissungen hinein zu führen und einfach reich reich zu segnen und am ende einfach auch zu retten das ist das was ich sehe von gottes wort her aber ich möchte noch mal am abschluss einfach klar sagen hey ja wir überheben uns nicht aber wir wir dürfen wirklich uns nicht schlecht reden wir dürfen nicht gott schlecht reden und sein wort verleugnen das uns zuspricht wir sind durch jesus vollgültige mitglieder von gottes volk vollgültige israeliten vollgültige mitglieder von israel und dürfen alle verheissungen ich möchte es noch mal so sagen alle verheissungen im alten testament die an israel gerichtet werden auch für uns nehmen und das ist eine ermutigung das ist ein segen für jede bibelvektüre in zukunft ich hoffe auch für dich verflucht ist der der nicht in jedem bereich im gesetz bleibt wenn wir nicht im gesetz bleiben aber jetzt sind wir ja nicht mehr unter diesem gesetz also wenn ich den buchstaben nicht erfülle dann kommt beim gleich den fluch da sind wir raus gelöst durch das opfer jesu weil er für uns zum fluch geworden ist und den ungehorsam durch seinen gehorsam aufgehoben hat aber jetzt werde ich sehr vorsichtig zu sagen wir nehmen aus dem alten testament nur die verheissungen auf uns also das da gehe ich nicht mit weil wir lesen im wort gottes 2. timotheus 3 lesen wir dass alle schrift inspiriert ist von gottes geist und nützlich zur lehre zur überführung letztlich auch zur ermahnung oder damit der mensch gottes richtig ist dass er richtig unterwegs ist und wir lesen alle schrift dass er alle schrift alle alle bücher oder sind auch zur belehre gegeben aber auch zur überführung also das heißt dass sie uns ermahnen dass sie uns korrigieren dass sie uns so wörtlich heiße sogar zurechtweisen und es wäre ganz schade wenn wir nur immer aus dem alten testament nur die positiven stellen die verheissungen nehmen und nicht gott auch reden lassen aus dem alten testament und wir haben sie heute abend schon gesehen der herr redet durch neutestamentliche autoren durchaus auch ermahnen zum beispiel rührt nicht unreines an es gibt verschiedene alttestamentliche stellen die von neutestamentlichen autoren zitiert werden ermahnen also ganz klar in verschiedenen stellen hebräer brief anlehnung aus dem alten testament und und wo er leute ermahnt und dann zitiert zum beispiel denn auch unser gott ist ein verzehrendes feuer sagte und wir sollen wohlgefällig gott dienen mit ehrfurcht sind oder was mir in den sinn kommt ist erste petrus 1 wo petrus sagt ich zitiert aus dem alten testament ich gott bin heilig ihr sollt heilig sein sagte oder also das sind der mahnende texte die eins zu eins so stehen im alten bund aber die dann einfach auch uns gelten offenbar